Der beste Fußballklub der Welt ist Manchester United derzeit nicht, aber der wertvollste. Einer Erhebung der Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG zufolge hat ManU, das jüngst die Europa League gewann, einen Unternehmenswert von knapp 3,1 Milliarden Euro. Mit Real Madrid und dem FC Barcelona stehen zwei spanische Vereine in der Liste auf den Plätzen 2 und 3, gefolgt vom deutschen Meister Bayern München und Manchester City. Die gestiegenen Gelder für Übertragungsrechte, die Erschließung neuer Märkte unter anderem in Asien und der weltweite Verkauf von Fanartikeln gehören zu den großen Einnahmequellen der Fußballschwergewichte. So hat etwa der FC Bayern die Nummer 4 auf der KPMG-Liste im März dieses Jahres ein Büro in Shanghai eröffnet, um den sich andeutenden Fußballaufschwung in China voll ausschöpfen zu können.